Ey Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit IT! Ja! Was geht, IT? Wow, so cool! Müssen wir mal rutschen, lass uns schon sehen! Ja, meine Leute, und zwar spielen wir heute in Roblox eine neue Rutsche und zwar haben wir mega viele Wasserrutsche und Leute, die sind mega riesig! Keine Ahnung, wir haben ja mega die Auswahl, also da gibt's da eine Rutsche, da eine Rutsche, da eine Rutsche, da eine Rutsche! Ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen, IT, hast du eine Idee? Ja, da ist doch der hier, die Erste! Sollen wir die Erste mal rutschen? Aber warte, da hinten ist doch die Erste, da Waveslides, sollen wir die Erste rutschen? Ja, lass! Alter, das ist so nice, im Schwimmbad immer Wasserrutsch zu rutschen! Oh mein Gott, IT, es geht ja schon los! Oh Gott, IT! Wie ein Rutschenmensch! Alter, oh mein Gott! Warte mal, Alter, bis jetzt ist die noch ein bisschen... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Das ist ja mega cool! Alter, IT, gib dir das mal! Oh, ich bin nach dem Gesicht auf dem Boden! Das ist so ein Kreisel, Min! Alter, mir wird ja schlecht hier! Oh! Oh mein Gott, IT! Wir haben ja eine Plattenspülung! Ja, aber das sieht genauso aus! Oh, ich bin hochgesprungen, verdammt, Alter! Oh Gott, ich hab's versaut, warte mal, ich muss da ins Loch fallen, am besten! Das weiter geht! Alter, lol, wie schnell sind wir einfach! Was macht das denn, Min? Lol, Alter, die geht ja unendlich weiter! Oh, oh! Oh, ich bin, warte, ich hole ja wieder zurück! Hä? Ey, wieso rollst du zurück? Ich hab dich gesehen! Ja, Mann, ich weiß es nicht! Es geht weiter! Oh mein Gott, ist die lang, Alter! Lol, au! Ich hab mich angehauen, oh mein Gott! Lol, Alter! Hast du's nicht geschafft, IT? Doch, wow, das war richtig cool! Lol, Alter, jetzt fall ich ja ins Nichts! Oh mein Gott, die war ja mega riesig, Alter! Die war ja mega, mega nice! Alter, die war so cool! Ja, Mann, warte mal, welche machen wir jetzt? Da steht Freefall Slide. Wollen wir mal das machen? Aber nur, weil du drückst! Ja, okay, warte, ich drück für dich, also das war wie im Schwimmbad zu diesem Freefall rutschen, oder? Ah, da geht sogar ein Countdown runter! Mal sehen, wie das aussieht! Ja, das ist gar nicht passiert! Ja, du musst drauf drücken! Drück mal du auf den Knopf, Heidi! Lol! Alter, du bist ja auf einmal weg! Okay, Leute, ich setz mich in die Rutsche rein und drück mal auf den Knopf! Ah! Wer hat den Knopf gedrückt? Oh mein Gott! Lol, ich bin durchgefallen! Hä? Ich verstehe gar nichts mehr! Wird ja total übel hier! Ah! Okay, ich bin doch mal kurz reingefahren! Alter, wie schnell ist die Rutsche, Heidi? Oh mein Gott! Ach Gottchen, Alter, das geht ja ab wie Schmitzkatze! Alter, das ist das Rutschenparadies! Ja, Mann, oh schade, das ist ja schon das Ende von der Rutsche, die war ja kurz, oh mein Gott! Ich hätte mir die Kohle hervongestellt! Aber die war so cool! Ja, die war trotzdem ganz nice! Wo gehen wir jetzt hin? Guck mal, die riesige da hinten, die sieht ja mega coole aus, dass wir da hingehen! Aber die ist gefährlich! Ja, Mann, die sieht echt mega dangerous aus, Alter, da ist ja eine rote, Mann! Aber rot bedeutet doch immer, dass es schneller ist, oder? Also müsste doch die rotke die schnellste sein! Ich weiß gar nicht, dass wir das noch aus! Ja, Mann, Heidi, auf geht's! Auf geht's, Ente, los geht's! Auf geht's, Heidi, los geht's! Okay, Alter! Lol, bis jetzt ist die ja nicht so schnell, ja, das ist... Ah, jetzt? Oh, Mann, wir sind ja wieder hier gelandet, Alter! Ich hätte gedacht, die hätte eine eigene Rutsche, aber es geht wieder herunter! Alter, Leute, oh mein Gott! Hier wird man voll durcheinander geschüttelt, oh, mir wird ja hier ganz schlecht! Lol, das war ja cool, der Übergang! Und ich schneide wieder herüber, und oh mein Gott, werden wir das dann erreichen? Wow, ich dreh mich die ganze Zeit im Kreis! Alter, bist du schneller als Sonic, oder was? Ja, ungefähr so schnell wie der! Alter, Mann, mega krass! Junge, Junge, Junge! Alter, Heidi, welche Rutsche rutschen wir als nächstes? Bist du schon fertig? Jetzt schon! Ja, warte, wo bist du? Ah, was geht, Heidi? Weißt du, was mache ich nicht Lust hinterher heute? Auf was? Auf ein paar Königsmeierklopse mit Würstchen! Ja, Mann, Alter, mega lecker! Hey, ich komme hier nicht rein, ist das zu? Ich will in den Familienrutschereien, hä? Ich will die hier immer machen, Ente! Ja, aber da kommen wir auch nicht rein, da brauchst du irgendwie, da steht, dass du was, also Geld dazu brauchst, Heidi! Ey, Ente, guck mal, bitte schubs mich nicht, okay? Ich soll dich nicht schubsen? Äh! Ah, haha! Heidi, guck mal, wir rutschen wieder zusammen runter! Alter, guck mal, die wird ja auch noch mega lol, das ist ja mega, die krasse Kurve! Ah, ich habe mir voll Angst rauszufliegen! Oh, fast war ich rausgeflogen! Oh, je, je, je! Ich bin echt schon fast rausgeflogen aus der Rutsche! Ja, Mann, ich sehe auch, Alter, es ist mega gefährlich im Schwimmbad! Ah, Leute, jetzt sind wir wieder hier gelandet! Das macht so Spaß! Ja, Mann, Alter, mega cool, wir haben bis jetzt fast eigentlich jede Rutsche geschafft, Mann, echt mega! Krass, wir sind doch gar nicht rausgeflogen eigentlich bis jetzt! Wir haben gar nicht so den... Wir haben gar nicht so den Rutschprofis! Ja, Mann, aber wir haben gar nicht so den Speed drauf! Alter! Oh, mein Gott! Wow! Oh, das macht so Spaß, Mensch, ey! Ja, Mann, das ist mega funny eigentlich, ne? Oh, Leute, was habe ich für einen Spin drauf, Alter, ich mache gerade wieder so Bayblade! Ungeschafft! Ja, Mann, ich habe es auch gepackt, Alter, Schwede, Mann! Die ganzen Rutschen sind echt krass! Welche Rutsche haben wir noch nicht ausprobiert, IT? Weißt du das eigentlich? Ich glaube, ich! Stimmt, diese Longslide, Alter, mal gucken, wie lange die wirklich ist! Speed 150! So! Die probiere jetzt auch, da ist die ganze Zeit ein Countdown! Hey, IT, du rennst durch die Rutsche, das ist mega gefährlich, was du machst! Ja, ich weiß gar nicht! Ja, die ist ja gar nicht schnell bis jetzt! So, jetzt geht's los! IT, du blockst mich in der Rutsche! IT, warum läufst du die ganze Zeit? Hä? IT! Das ist eine Abkürzung, komm mal hoch! Hä? Das ist eine Abkürzung, warte, was? Ja, warte mal, du glaubst, wir schaffen es, auf die Rutsche zu springen, auf die versperrt ist hier rechts! Mann, das könnten wir ja probieren, Alter, das wäre eigentlich mega cheating, aber denkst du, wir schaffen das? Warte, nein, ich kann da nicht rausspringen! Warte mal, ich will es mal probieren, unbedingt! Oh! IT, pack mal das! Bist du runtergefallen? Nein, wo bin ich? Lol, warte mal, ich bin auf der großen Rutsche drauf! Ah, nein, jetzt wieder nicht! Leute, das müssen wir unbedingt probieren, vielleicht findet mir ein Bug hier! Oh, ich bin da nicht runter, bitte, bitte nicht! Da wird es, glaub ich, richtig, richtig schnell! So, Leute, wir versuchen jetzt einfach mal da rauf zu kommen! Und wir sind drauf! Oh mein Gott, Leute, wir sind einfach auf der Rutsche drauf! Jetzt springen wir... Nein! Eigentlich bin ich auf der Riesenrutsche! Was, du bist auf der Riesenrutsche schon wieder? Hä, auf welcher denn? Oh, ganz, ganz unten! Lol, die eine Rutsche war da sogar gesperrt! Jetzt geht's schon wieder los! Alter, der Speed einfach 300 bis 300 kmh, Alter! Lol, Alter, du wirst hier wieder gespinnen wie so ein richtiger Bayblade, Junge! Und es geht wieder hier durch! Oh, zack, Alter! Ja, Mann, ich hab's auch wieder gleich geschafft! So, ich bin gleich wieder durch den Gulli oder was das auch immer ist, durchgerutscht! So, der eine Typ ist da schon durch! Ich gehe auch mal schnell durch! Oh, ich rutsche dann wieder runter! Oh, cool! Ja, Mann, Alter, mega, mega cool! So, aber ich find's schade hier, dass wir nicht die alle rutschen... Lol, Alter, guck mal, hier kannst du rein! Alter, das wusste ich ja nicht! Lass mal endlich da reingehen, Alter! Ich bin mal mega gespannt, wie die Rutsche ist, so! Alter, wir rutschen gerade ja zusammen! Das ist wieder ganz freigeschaltet! Wow, wir müssen da hochklettern! Müssen wir da hochklettern? Hä, das ist ja voll die komische Rutsche! Hä? Was ist das denn für eine Rutsche? Lauf ich ja eher rum! Oh, Mann, Alter, aber die war ein bisschen lame, Alter! Die war ja langweilig, Alty, oder? Ja, aber wir haben's trotzdem geschafft! Ja, Mann, aber ich hätte gedacht, dass die Spann da ist! Schade, Schokolade, ne? Aber das können ja nicht alle Rutschen so cool sein, ne? Ja, sie können Babyrutschen! Ja, Mann, für die kleineren Kinder, ne? Alter Schwede! Hey! Ich bin nicht klein! So, warte, ich muss jetzt wieder runterlaufen! Ich bin gerade gescheitert hier! So, auf geht's! Au! Ich bin gerade mit meinem Popo aufgekommen! So, warte, geht's runter! Komm, bitte, bitte, bitte! So, hi, Alty, was geht's? Oh, cool! Ja, Mann, lol! Ich bin gerade runtergeslidet! Einfach mit was für einem Speed, Leute! So, jetzt kümmern wir uns mal um die nächste Rutsche! Da steht ja 13 Laps 450 Speed, Alter! Die wird ja mega schnell sein, Alty! Die kommen mal ganz schnell her! Ja, ich bin jetzt hier! Aber, Moment mal! Die Freefall Slide! Hä, wie kommen wir da rein? Wir haben das gerade geschafft, da reinzukommen! Ach, Hugh, do not have genug Laps! Wir müssen mehr rutschen! Ach, stimmt! Wir müssen mehr rutschen, dass wir da rein können! Wir brauchen 13! Wo sehen wir unsere Laps überhaupt? Ah, wir haben erst 6 Laps, Alter! Oh, Mann! Schade, Mann! Wir bräuchten 13 Stück! Das wäre echt mega viel, eigentlich, ne? Ja, aber ich brauche jetzt noch mal eine Rutsche! Ja, Mann, lass mal noch mal was anderes rutschen, oder? Welche sollen wir noch mal rutschen, Alty? Menschen, eine Tunnelrutsche! Die ist so cool! Wo bist du denn hin? Ich sehe dich gar nicht mehr! Wow, die zweite Rutsche! Die haben wir noch gar nicht! Hä, welche zweite Rutsche? Warte mal! Äh, die Doorslide, meintest du? Ja! Alter, warte, da gehe ich jetzt mal durch! Oh, lol! Da muss man ja durch so Schiebetüren! Oh, mein Gott! Wie cool ist das denn so? Die habe ich gar nicht hier voll vergessen, Mann! Ja, Mann! Ah! Ich bin gerade voll gegen die Tür geknallt! Au! Der Typ da vor mir auch, Alter! Das tut ja mega wie! Ah! Ey, der blockiert mich mega! Was geht doch weg, Mann! Alter, ich habe da gar nicht schnell eine Rutsche! Ich habe da ein Spiel von 21! Alter, der hat mir ja gerade voll den Spaß versaut, muss ich schon sagen, ne? Alter! Ich bin zu spät, Verderber! Ja, Mann, das ist ja voll doof! Wenn jemand rumblocks! Oh, die Rutsche blockiert! Leute, Alter, die ganze Kamera dreht sich gerade! Mir wird echt mega schlecht schon wieder! Komm, bitte! Ich will endlich das Ende der Rutsche erreichen! Sonst wird mir noch Kübel schlecht! Alter, Schwede! Ich kübel ja gleich! Ah! Okay! IT! Du bist ein Blumenkübel! Ja, nein! Das meinte ich nicht, IT! Ey, was geht! Ähm! Ja! Weißt du was? Was denn? Ich habe das Gefühl, ne? Dass die Zuschauer sich noch mehr Rutschen wünschen, aber die können ja auch... Aber wir können ja nicht alle Rutschen heute machen! Ja, Mann, wir haben ja nicht genug Slides, Alter! Dafür brauchen wir ja diese Slides! Und ich weiß nicht, ich will mir nicht auf so einem Server immer Premium kaufen, weil ich finde es nicht so gut, wenn man immer so viel bezahlt! Weißt du, ich finde es aber nicht so cool, dass ich jetzt sagen würde, Alter, den unterstütze ich jetzt oder so, weißt du? Also, das war nice, aber ich habe schon echt nicerer Rutschen gesehen als die hier! Obwohl es für Wasserrutschen einfach auch mega cool eigentlich ist, ne? Das muss man schon sagen! Also, die Rutschen hier haben schon echt was, ne? Also, Leute, schreibt auf jeden Fall einen wunderschönen Kommentar unter dieses Video! Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mal eure Meinung zu den Wasserrutschen und ob ihr auch die Wasserrutschen ausprobiert habt und vor allem, wenn ihr genug Loops gesammelt habt hier auf der Map und schon die anderen weiteren Rutschen gemacht habt, schreibt das auch mal in die Kommentare, wie die ist, weil Leute mich interessieren einfach, wie diese riesengroße Rutsche da oben ist. Die sieht mega krass aus, das wird wahrscheinlich die krasseste Rutsche überhaupt hier sein, aber dafür brauchen wir 40 plus Loops, das heißt, wir müssten echt noch lange, lange rutschen. Also, schreibt in die Kommentare, falls ihr die Rutsche schon gemeistert habt, wie die Rutsche ist, weil Leute, oder die Speedrutsche mit 450 Speed interessiert mich auch mega, da brauche ich mir echt noch ein paar Loops, aber schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schaut bei dir vorbei, wenn es euch gefallen hat, bis dann und tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!